So, guten Tag! Krasse Kiste! Willkommen! So, dann schauen wir uns hier das Gameplay von den beiden an. Der Hans spielt jetzt mal nicht, das ist jetzt der Hitcher und der Sibi. Der Hitcher hat ein kleines Auto und der Sibi hat noch ein kleiner Resort. Dann stellen wir jetzt mal die Einschauer rein. Genau, ich mach einfach alles ganz normal, Stricke fehlen und dann... Was mich bei dem Spiel echt abfuckt, dass es den Nürburgring nicht gibt. Ja, den kannst du dir kaufen. Als ob. Ist so, den musst du kaufen. Als Endon, ja klar. Den musst du als DLC runterladen. Also so stand es im Netz, ich hab das noch nicht überprüft, aber... Im Mittelnetz stand das so, dass du dir das als DLC runterladen kannst. Dieses Nürburgring. Ja, die ist cool die Strecke. Ja, gibt's nicht viele Kurven. Ja, kann ein bisschen Gas geben. Ja, nein, das ist doch scheiße. Nein! Guck dein Auto an und guck mein Auto an. Ja, dein ist ein schönes, rotes Auto. Und ich hab ein schönes... Alter, wenn wir... Wir nehmen hier die Alten. Warum habt ihr überhaupt so einen Nürburgring gekriegt? Ja, weil Johnny sonst weint. Weil er das kann. Er hat vorgeschlagen. Schlechtes Auto als ich. Du hast das vorgeschlagen. Sei froh, dass wir das doch nicht aufgenommen haben. Du hast... Du hast gesagt, ich darf auswählen, was du für ein Auto nimmst und was ich für ein Auto nehme. Ist doch klar. Ich nehme den Audi, Team Joseph R18. Nein, guck mal. Ich nehme den Boxen und den FC und der nehmt, keine Ahnung, Barcelona. Brasilien. Badam. Deutschland. All Stars. Die Goldene. Die der Philipp gepostet hat. So. Jetzt kannst du dreht euch jetzt mal hier. Ja. An. Und die Brüder aus dem Ding kommen. Und festen Rückwärts. Die Reizen sind hier jetzt. Ich bin ja einfach ein ganzes Auto. Du weißt, dass das Gänze ist. Johnny, du halt schon nichts zu sehen, dass du das schmierst. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Ja, das geht's nicht. Ja, aber das geht's nicht. Ja, das ist der Fall. Und man hat einen Batenküssen gemacht, für den Links und Rechts. Ich habe Dennis gespielt mit dem Auto. Das ist auch ein Ausdruck, ich glaube. Na ja, was ist es? Ja, ich finde das ist schon klar. Oh mein, bitte. Das ist eine Bremse. So kann ich jeder fahren. Ist der Arm? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich kann einfach die ganze Zeit Gas geben. Wir können das so machen. Wir spielen jetzt mit Schalten. Schaden 1 ist schlecht. Aber mit Schalten kann ich spielen. Die Autos sind echt ein bisschen zu. Machen wir gerade die Aufnahme?